Die Sitz so schön gemacht und dann war's das. Aber die T6, die hatten auch immer so ein komisches Kit dran. Ich weiß nicht, was das war. Abt, hä? Nee, nee, nicht Abt. Das sieht gut aus, das Abt-Kit ab T6. Und dann mit ihren Reifen, die da außen diesen weißen Ring haben. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Bitte links halten. Ach ja, der steht. Jetzt hat er dich aber gerade gut rausgebremst, ne? Vigeline! Oder gut, ja.